Ja, Quests liegen hier nicht rum, ne? Eine müsste bei dir noch sein. Das habe ich nicht verstanden. Eine müsste bei dir noch sein. Wie, eine müsste da noch sein? Da ist nix. Ja, weil ich jetzt noch fünf habe. Du wahrscheinlich vier. Ja. Aber wo soll denn hier eine sein? Ich sehe nix. Ich habe keine Ahnung, wo eine sein muss. Wenn du meinst, du hast auch fünf. Du hast sie ja auch eingesammelt. Ja, aber ich habe die vor, keine Ahnung, fünf Wochen eingesammelt oder so. Also ich habe jetzt das mit dem Land, dann den Hort zurückholen, irgendwas mit Opfern, Drachen. Ritualopfer, Lage des Landes, Drachen, Brunnen, Dämoniagen, Hort zurückfordern und Belohnung für den Hort. Dann nochmal ganz langsam. Ritualopfer, Lage des Landes, das sind beides so diese Gold-Hellblauen. Und an der blauen Quest habe ich Drachenbrunnen, Dämoniagen, den Hort zurückfordern und Belohnung für den Hort. Belohnung für den Hort? Ja. Habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe stattdessen eine ganz normale Quest. Das Portal nach Thüren. Hä? In Icewind Dale. Ja, Icewind Dale interessiert doch gerade gar nicht. Nee, das Portal dahin. Nee, Moment. In Icewind Dale. Hä? Warum ist das hier beim Drachenbrunnen? Warte mal, kann ich das hier finden? Icewind Dale. Nee, heißt das nicht übersetzt Eiswind-Dolch, ne? Dale? Nee, Dale ist was anderes. Tal. Tal, ja genau. Tal war es, genau. Okay, was, äh, welche machen wir als nächstes? Am besten alle, die wir zusammen haben im Ritualabfall, oder? Gefängnis des Kultes oder fein? Das ist ja ganz hinten rechts. Lage des Landes? Auf dem Weg können wir dann Lage des Landes machen, weil Lage des Landes ist ja überall. Also ich würde sagen, da geben wir... Aus, Aussichtspunkte rauskommt, schafft. Das heißt, da sollen wir wahrscheinlich in alle fünf, äh, Flecken mal rein. Ja genau, also wenn wir jetzt nach rechts gehen, dann halt, können wir einen auf dem Weg mitnehmen. Auf dem Rückweg können wir dann noch dieses, dämonische, äh, Dings da machen. Und dann noch ganz oben rechts, noch so einen Punkt für das Land. Ja, also rechts. Aber wie kommt man da jetzt am besten hin? Weil dann nicht in die Brücke. Brücke. Kann man den jetzt nicht anlocken. Ja, ne. Wo rennt ihr denn hin? Ich dachte, wir wollten ein Lager des Landes machen. Ja, dann war auch ein Weg. Ja, ich auch. Wird auch gesagt, über die Brücken. Was ist das, über die Brücken? Ich bin einfach runtergesprungen. Toll. Ja, wenn du nicht zuhörst. Ja, über die Brücken. Ihr rennt in eine andere Richtung. Bei mir war die Quest nach unten geführt, nicht nach da. Hast du überhaupt zugehört, was wir diskutiert haben gerade? Ja. Nicht wirklich. Super. Ich stehe an einem Feld voll mit Feinden. Ich komme da nicht durch. Ren einfach zu uns. Geht nicht. Ren einfach durch. Geht nicht. Dann nicht. Stell dir vor, du bist ein Ritter in, äh, in, wie heißen das noch? In, ah, wie heißen das? Minas Tirith. Ne, nicht das hier. Das andere. Diese kleine Burg da. Ein Ritter aus Leidenschaft. Ja. Und da sind 50 Milliarden Orks vor dir. Geh einfach durch. Ren einfach durch. Reite durch. Da passiert nichts. Nein, die halten einen nicht auf. Beim Ritter aus Leidenschaft gab es doch keine Orks. Wenn das ein Film ist, wenn... Wenn das das hier ist, das hier ist, was sich stört. Wenn das ein Film ist, kenne ich den gar nicht. Hä? Irgendwann will ich auch eine Bira-Schöne, ich habe keine Ahnung was. Ich habe das Gefühl, dass er, er ist auf der Spritze vom... Aha, okay, dann kann man sich einmal umgucken, super. Da sieht man genau das, wo man gerade eben auf war. Nicht schlecht. Ähm, der verwandelt sich gerade. Hilfe. Er hat sich verwandelt. Ich habe keine Ahnung, was du da alles angelockt hast. Ich habe sie nicht angelockt. Ach, der hat sich eingelockt. Das war ein schöner Typ. Ich weiß nicht. Vielleicht war es auch der, der einfach mitgelaufen ist. Wir sind einfach durchgelaufen. Nein! Ich bin dir schon aufgefallen, dass der gerade bei uns ist und mit uns kämpft. Hä? Er hat doch gerade eben schon mit uns gekämpft. Warte? Ja. Oh. So Leute, dann kommt mal hier hoch. Ja, diese, äh, diese Let's Play Session steht unter dem Zeichen. Was zum Henker ist denn da hinten los? Wir sind, irgendwas ist in die Luft gegangen und es explodiert. Und nun hängen da tausend Splitter. Was soll, wenn wir hier drücken? Ja. Einfach mal draufdrücken. Nein, ein Plateau! Oh Gott! Ringtransporter, das ist ein Ringtransporter von Stargate. Ja, und schon geförmelt. Das sieht ja einladend aus. Oder auch nicht. Was? Irgendwie eine Mauer hier. Scheiße. Wird von oben runterspringen. Ja. 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 Wie ich das gerade überflogen habe. Weil es, ähm... Ich weiß gar nicht, was passiert war und das da spendet. Aber es ist irgendwie für den Widerstand irgendwie. Voll. Wir geben keine Almosen. Wir geben keine Almosen. Wir sind geizige Abenteurer. Und nur noch Stufe 70. Wie das freigeschaltet ist für Stufe 70. Der überflüssig ist. Bevor sie ihren Kurs geändert haben, hat der Kult des Drachen nur selten gebraucht von Gefängnissen gebracht. Doch für das Beschwörungsritual von Tiamat benötigt der Kult Gefangene, um sie zum richtigen Zeitpunkt zu opfern. Diese Gefangene müssen oft unerträgliche Folter durch den Kult des Drachen über sie ergehen lassen. Es wird gemunkelt, dass es dazu dient, die dunklen Gelüste von Tiamat zu stillen. Andere wiederum behaupten, dass dies nur eine Ausrede ist, damit die kultesten Gräueltaten an ihrem Opfer begehen können. Ja, ich habe einen Zauber gekastet, der ist aber irgendwie weg. Und es ist weg. Peace, Ben. Auf zu springen, verdammt. Alle verdrückt. Und noch einen Trank, einfach sinnlos aufgebraucht. Da hinten soll man anscheinend kommen, da geht's aber jemals. Ich habe mich gerade verdrückt und habe ausgesehen einen Heilungstrank verballert. Ich kann da Vaseline verstehen. Ich habe Vaseline verstanden. Ich habe Vaseline verstanden. Das Drachen mit Hilfe des Drachengleichnamen Erschaffungsritual Drachengleichname zu kreieren. Er wird da sein Artefakt eingesetzt. Wurde dieses Doktrin von Severin gestürzt. Er glaubt, dass die alten Prophezeiungen fehlinterpretiert wurden. Severin ist überzeugt, dass ein neues Drachenreich von lebendigen Drachen und ihren Kultdienern beherrscht werden sollten. Mit der Hilfe des Thiamats Drachenmaske gewann Severin viele neue Anhänger für seine neue Doktrin. Doch es gibt immer noch jene, die die Summers des Lehren folgen. Sie lassen keine Gelegenheit aus, gegen die neue Emporkömmlinge zu kämpfen. Und zurück. Ah, hier hoch. Da sind schon wieder welche. Habe ich dich gerade instant geheilt? Was, habe ich dich gerade instant geheilt? Ne, der Kobenschützer hat sich gerade irgendwie instant geheilt. Schade, ich dachte... Ich dachte, mein Kleriker macht endlich mal das Wichtiger. Die Frösche Nerven. Was ist Frösche? Die springen immer. Ich kämpfe gegen einen, da ist er plötzlich weggesprungen. Das sind Echsen, das sind keine Frösche. Ich springe aber wie Frösche. Hopp. Guckt schon wieder. Wenn ihr mal stehen bleiben würde, dann könnte ich auch euch effektiv heilen oder so. Ja, das geht doch nicht. Ich springe ja die ganze Zeit. Da muss man ja hinterher. Bleibt doch einfach stehen. So mache ich es auch. Die kommen irgendwann auf euch zu. Du bist im Fernkampfmagier, oder? Ja, aber meine eine Attacke, die macht mir Schaden, wenn ich im Nahkampf bin. Du hast eine Attacke, die dir einen Schaden macht. Nein, die mehr Schaden macht im Nahkampf. Achso, die macht Schaden im Nahkampf. Die macht mehr Schaden im Nahkampf. Achso, jetzt haben uns andere auch verstanden. Sehr gut. Ich glaube, du hast irgendwie so ein Problem mit dem Nahkampf. Ne, es ist einfach nur zu laut hier. Ja. Dann dreh es leid, ne? Ja, aber echt. What the fuck? Ich höre exakt das, was sie zuschauen. Und die hören letzten Endes von euch nichts oder nur wenig. Ja, hast du es echt schlecht eingestellt. Was hast du denn so lange gemacht, weil du es eingestellt hast? Gar nichts? Keine Ahnung. Ich habe es nicht schlecht eingestellt, also wie immer. Es ist einfach nur zu laut. Wie immer schreit. Ja, wahrscheinlich durch ein Update wieder verstellt. Hey! Das... Das Schicht kenne ich. Macht das nicht normalerweise Flügel? Hey. Der Blaue hier. Obwohl. Waren wir nicht bei dem Wassergebiet auch bei... Oh, toll. Das hast du nicht abgelenkt. Ich bin tot. Er hat sich nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Weg. Hä? Ah, danke schön. Oh, oh. Oh, oh. Aua. 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 Genau. Ich mache ein Heilungsfeld und ihr geht einfach raus. Das ist toll. Ich bin voll. Ich nicht. Aber fast. Aber dafür ist der Zauber da. Deswegen habe ich ihn extra reingenommen, damit wir einen Groben besser agieren können. Das war zu weit Da wird immer wieder zurückgedrängt Warte mal sind hier noch Gegner? Nö, wie mach ich das zuerst? Hört auf zu springen Warte mal sind vorgeschätzt und er springt zumindest nicht in den Heer Ja Hä, warum sind das plötzlich wieder mehr? Warte mal, hast du den Kopf angelockt? Ne, ich war die ganze Zeit hier oben Oh oh, jetzt geht die Luke auf und es sind noch mehr Hä? Kommt der her? Nicht ihn Dummes Weib Kommt der her? Kommt der her? Kommt der her?